Ja komm, die muss ja auch wieder weg. Ah, das war so nervig mit diesem ganzen Scheiß hier. Ja, dann, ja, an deiner Tür. Ja? Am Fenster auch. Damit, wenn einer lang geht und denkt, hm, was ist denn da los? Verstehst du? Steinziegel. Okay, dann müssten wir auch hier damit lang gehen. Ajo. Überwiegend halt, wenn ich diese Streams habe, weißt du, wegen dem Nebel immer. So, der wird wohl nicht mehr reichen, leider Gottes. Ah, ärgerlich. Ey. Jetzt müssen wir folgendes machen. Ich mach das doch anders. Das machen wir jetzt auf jeden Fall fertig. Hab was gezockt, WWE. Ja, na klar. Klar, ungepennt im Zelt. Also, zumindest eine Seite werde ich fertig machen heute. Ich will ja auch noch ein bisschen was anderes machen, eigentlich. äh, so. Äh, so. muss aber noch mal ich mache doch hier die seite kurz weg ist einfach viel leichter dann aha weil es muss ja nicht nur das weg das muss ja auch der weg und theoretisch will ich auch den weg haben die nicht aber den so ja kommen die nehmen wir mal mit einfach nur weil wir die punkte kriegen wollen okay was das habe ich jetzt noch hier ja so machen wir die dahin ok jetzt was haben wir da noch drin hat mir hier nicht gerade eine kiste abgerissen habe ich die nicht irgendwo wieder aufgestellt ach da machen wir mal hier hin kann da kurz sowas rein und das ist nicht lieber nicht ja was da los wenn es es wenn es einmal kies mitnehmen von oben und einmal vier einmal nehmen wir mal mit ein kies danke bruder erschrecken ja warte ich bin aber nicht der bruder ich habe ich auch erschrocken weil es kleiner bonus das sehr so jetzt schauen wir mal ob wir da hinten was finden aber erst mal muss ich noch ein mit schwund ist zu rechnen noch nie mit verlusten ja aber schwund hast du immer ist so wolltest du das nicht nein ja das ist zu spät so lava oh nein ist das nicht letztes Mal auch schon passiert oh ein creeper der will bestimmt mit uns spielen oh guck mal er kommt sogar auf unsere stufe oh oh ist der süß oh der ist so süß toll der ist doch nicht süß weil er hinten lava ich weiß es nicht hallo hier könnte noch eine lampe hin ich denke mal von ihrem bruder weil ihr bruder bestimmt schon wieder bei ihrem zimmer rum hängt oh ne spinne ach hier hinten gehts ja auch noch weiter da müssen wir nächstes mal auch mal rein wa tun wir uns da nächstes mal durchkämpfen ne ja ich hab gar keinen bock drauf jetzt wie sie denkt dass sie mich mit eggy ärgert ja ne also den kennst du wirklich keine ahnung ich wüsste jetzt nicht wie man eggy ärgert der eggy lässt sich nicht so schnell ärgern ne oh ne oh Junge gar keinen bock was ist denn jetzt die mit lava oh ich bin ein bisschen aufgeregt ja jetzt komm hier fuck let's go oh wow ich bin ein bisschen aufgeregt ah äh äh pfff schwierige nummer ah wo ist denn hier die lava mensch da oben gehts wieder zurück hier oder war das die sackgasse bin wieder da suchfifi 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 such ja such ja wo Anna hello Anna oh die Anna hat die äh 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 alerts für sich die sounds für sich entdeckt lava lava baby lava 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 baby lava hey nuspli ich finde das so geil nuspli ey das ist so ah moin 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 meister moin meister hm was 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 scheiße nein wie dumm war das denn bitte das kann auch mit mir passieren ist so alter weil ich hab die hände voll gehabt komm wir schmeißen die eier weg jetzt schmeißt er ja den vollen einmal weg ach das war so dumm junge hahaha ja eigentlich das war einfach nur so dumm das ist doch richtig dumm und nein ich darf das jetzt nicht nochmal machen ich ins gesicht werft doch da rein ich habe das ich weiß dass ich gleich in die lava fallen werde so wie es haben wir sagen das war die anna aber die anna macht sowas nicht hoch die hände wochenende da lang super gemacht florian super ganz ganz großes kino ganz großes kino so 1 2 3 3 3 3 macht 9 so gott wir brauchen viel mehr einmal wie lange soll ich in der latschen man wochen aber na klar naja ist schon ist es halt schon mattwoch heute ne das ist so geil ich habe ja ein bisschen angst dass die kisten abbrennen ich bin auch wieder zum durften scheiß so gucken wie viel heimer würde brauchen man weil ich weh dass das ja still ist dieses ding hier weißt und dann machen wir an den hier und dann machen wir den hier das ist denn quasi oder was sagst du es ist quasi so indirekte beleuchtung dann ja so begeistert klingst du jetzt nicht alles lava ist immer so verdammt das geht natürlich nicht also ich sage mal wenn wenn das glas ich verbrauche jetzt mal vier stück wenn das clean wäre ohne diese kanten dazwischen dann könnte man den ganzen boden so machen aber das sieht kacke aus finde ich den ganzen boden und denn diese dinger dazwischen das ist nicht so mein fall und jetzt guckte mir die ganzen gucken wir mal gerade mal spaßeshalber nach spaßeshalber in vanille an schiffen und jetzt